Moin, es ist eine neue Folge von Final X-Fame. Wir müssen jetzt das eine Kind suchen. Namens. Ist mir eigentlich sowas von scheißegal. Rette Olga gegen ihren Willen. Haben wir gerade erfüllt. Man findet Hyruley steht oben. Ihr wisst schon, dass ihr nervt, wenn ihr mir die ganze Zeit so hinterherhören. Ihr kriegt mich eh nicht. Da könntet ihr machen, was ihr wollt. Und du, Moskito, schaffst es nicht mal deine Freundin zu stechen. Also probier es nicht mal bei mir. Das war so ein schlechter Diss. Warum habe ich keine Munition mehr? Kann mir das mal jemand sagen? Ups. Ich bin mal kurz hier weg. Da war sowas explosives, was das komische Feder ausgespuckt hat. Oh. Mir ist gerade was runtergefallen. Ich weiß zwar nicht was. Aber es ist gerade runtergefallen. Hoden in der Marsch. Die Explosion von der Granate war so stark, dass es das Fass explodiert. Okay. Ey, Kollege. Fang. Fang. So. Und. Oh. Guck mal. Fang. Fang. Gab es sogar doppelt was. Oh Gott. Noch mal von den Viechern. Von den. Wie heißt die? Mach's Kitos. Mücken. Mücken. Mir gehen Mücken mehr auf den Sack als die Viecher. Oh. Das war ja noch runtergerollt. Oh. Danke für die Granate. Noch mal schön nachladen. Acht Schuss haben wir noch. Okay. Rette sie gegen deinen, äh, gegen ihren Willen. Wieso will die nicht gerettet werden? So emohaftes Mädchen. Ich habe gerade jetzt auf die Intro-Sequenz nicht so drauf geachtet. Sondern eher was da steht. Weil ich wollte es schon irgendwie vorlesen. Das ist so ein Grad. Da. Da müssen wir gleich hin. Baume mit Holzbeulen. Eine Brücke. Geh mir aus dem Weg. Ich hab keinen Bock mehr. Was sind das für Missionen? Das ist so ein Hackenslash-Ding. Wieso wurde dann wirklich bloß so... Beschützer... Seit wann geht es bei so welchen Sachen um Beschützer-Mission? Wir holen uns erstmal die, die am weitesten entfernt ist. So, und jetzt gehen wir nach oben und holen uns die nächste. Ich, ich ignoriere euch jetzt. Das sah ich euch. Ich ignoriere euch. Ich ignoriere euch. Es war vielleicht nicht so schlau, die Fässer vor mir in die Luft zu springen. Ach, danke. Ich hab' mich ja leicht gemobbt. Ein bisschen. Ich hab' mich mal ganz kurz mit dem Kind hier unterhalten. Warum es eigentlich nicht gerettet werden will. Ich wollte das Kind nehmen. Das Kind ist Feuer und Flammen mit der Aktion, die ich jetzt hier mache. Sammel den Hasenkopf... Oh Gott. Ich war grad so... Hey, was muss ich denn machen? Und so. Ich stirbe immer so... Sammel den Hasenkopf... Okay. Erschrecke Haneli und scheuche ihn so von dem Ding runter. Okay. Erschrecke Hurley... Und scheuche ihn zum Bus. Okay, das macht Spaß. Stopp, stopp, stopp. Was macht er denn jetzt da oben? Ich glaube, ich muss so fünf- oder sechsmal erschrecken. Okay, wo geht er jetzt lang? Geh zum Bus, du scheiß... Was willst du mehr, dass die Monster dich kriegen oder dass ich dich kriege? Also, jetzt geh zu dem verdammten Bus nochmal. Ich hoffe jetzt wirklich das Kind rennt zum Bus. Hammers. Ach Gott. Kann ich den Hasenkopf jetzt mal wieder abnehmen? Der ist so leicht gruselig. Und natürlich wird er so ein großes, fettes Vieh. Der Piraten erhebt jetzt den Bus hoch. Reparieren. Kleines Massaker freigeschalten. Okay. Schön. Kann ich wegen deiner scheiß Bombe nicht weiterarbeiten? Jetzt mal bitte. Danke. Kann man jetzt mal bitte auch mal jemand Munition oder sowas fallen lassen? Danke. Du explodierst jetzt bestimmt nicht. Nicht in meiner Fresse. Alter, ich dachte, das ist wie das gewesen. Nein, natürlich nicht. Ach, komm schon. Kann die Monster heute, wenn es mal aufhören. Und das, das, das stresst mich gerade hier voll. Kommt mal kurz mit. Das bringt rein gar nichts. Okay. Ach doch, es bringt was. God damn it. Zuerst die Kinder. Du rockst. Das ist schon abgeschlossen. Unglaublich. Ich hab's dir jetzt ein bisschen schwerer vorgestellt. 2 FP. 80x plus Bronze. Und weil ich's abgeschlossen hab, auch noch einer. Also gibt's schon wieder drei. Ander und ander und ander. Ja, für macht schauend. Ist mir sowas ein scheißegal. Zurück zur Missionsoption. Ja. Los, lasst uns abhauen. Okay. Kein Level, die kriegt. Ah. So, wir können jetzt mehreres machen. Aber ich würd mal sagen... Du bist total geladen. Ich hab den Fertigkeitsbalken schon wieder zum Schluss vergessen. Ich vergesse die Attacke andauernd. Du wolltest schon immer mal aus Verlust heraus sein, wenn man so das Licht auspusten will. Ich versuche mit dem Fertigkeitsbalken aus und drücke dann schnell X. Okay. Komm, dann nehmen wir hier mal noch ein paar Luftkombos. Das passt schon. Gut, okay. Dann ist die Folge ja heute mal wirklich ein bisschen kürzer geworden. Nein, ich warte jetzt nicht das neue Level anfangen und dann ab 18 Minuten... Ne, ich hab keine Lust. Nein. Ich wollte jetzt nur noch ein Level machen. Und jetzt geh ich off. Und wir hören uns dann morgen bei einer neuen Folge von Final X-Term. Außerdem ist das Spiel eh nicht so lang. Guck doch mal hier. Es gibt acht Level. Und wir sind jetzt bei Level 4. Also rechnet mit maximal 15 Parts. Oder? 18? Ja, 16. Das ist total 17. 17, 18 Parts, so ungefähr. Ja, hier. Silber, Silber und hier plus Bronze. Ah. Waffen gefunden. Ach so. Waffen gefunden. Ja, ich hab die Ende, hab ich gesehen, aber nicht aufgehoben. Hätten wir 80.000 Punkte hier gekriegt. Dann hätten wir sogar Gold bekommen. Oh Gott. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.